Moinsen, liebe Freunde des Zirkelns. Hier ist mal wieder der Superzocker Agri für euch. Ich spiele jetzt mal eine Runde mit Zubalka zusammen. Na, tu, tu. Ein kleines Röntgen, tüntüchchen. Warum auch nicht? Da wollen wir mal schauen. Gar nicht draufgehalten. Gegen was? Verspielen. Gegen Klapsen. Mit der alten Klaps Kalikop. Und gegen Kapella. Der alte Kapellenspieler. Was nun, ist die Frage? Ach ja, ich wollte ja gucken. Ah ja, Terraner und Protoss. Hm. Terraner und Protoss. Machen M&M's und Drops. Mit Drops. Dann ist der Drops gelutscht. Vermutlich. Man weiß es nur leicht. Ich werde mal relativ früh versuchen, auf Drops zu kommen. Mal nehme 300 Gramm Zucker. Farbstoff. Und schmelze das Ganze in der Pfanne bei 100 Grad ein. Und schon haben wir Drops. Ja. Zuckerdrops. Karamellisierte Zuckerdrops. Sehr lecker. Nein, probiert das nicht aus. Das wird nicht funktionieren. Also, dann holen wir uns doch erstmal hier. Die erste Kaserne. Äh. Bei der Map ist das nicht so toll. Muss mal vorne rein. Wat? Alter Fault. Hat er gescheckt, ne? Hat er gescheckt. Der alte Pimmel. Pimmel. Schade. Naja, mach ich erst mal eins von Marines und ein kleines Trüppschel. Ist das schon in Ordnung? Eigentlich müsste ich hier nochmal ein bisschen mehr Gäste haben. Neuigkeiten? Kann ich ja gleich wieder rausziehen. Ah, brech ich eben ab. Umwandeln. Dann mal direkt ein Depot bauen. Aber erstmal... Oh, oh, nein. Oh, nein. Das ist das große Depot. Das ist jetzt mit meinen Händen hin. Nicht genügend Mineralien. Ja, ja, ja. Nicht genügend, wie immer, ne? Wie immer. Keine Mineralien. Was soll die Scheiße? Ne, jetzt holen wir uns doch erstmal... Nicht genügend Mineralien. ...ein Fabrik dazu, damit wir relativ schnell dann auch dröppeln können. Nicht genügend Mineralien. Ein Tech-Labor. Da können wir schon mal das Stimpack upgrade machen. Deswegen brauchen wir jetzt auch so viel Gas, weil das ja alles schön in eins kommen soll. Sonst wird das mich nichts mit dem Drop. Oh, steht er da jetzt so scheiße drin, ne? Mann, Mann, Mann. Sperrt er sich selbst ein. East-Dakten-Holz-Coppen. Wurst-Dunk-Pack kommt jetzt. Ah. Fehlt natürlich wieder das Gas ein bisschen. Ah, ich schaffe 100. 100 brauche ich. Ah, geht ja relativ zügig. Geht ja fast in eins durch. So. Nicht genügend Mineralien. Ein paar Marines noch. Stimmy läuft. Na, holen wir uns lieber erstmal noch... ...zweiter Kasern. Eine Kasern sei schon... ...zweiter. Das ist die Türchen, meine ich. Und danach sollte man natürlich auch mal das Kampfschild dann direkt produzieren. Dann können wir direkt... ...reinhauen. ...zweiter Kasern. BBF eintrittsbereit. Oh, Mann. Durchgeladen. Und jetzt sicher. Oh, läuft, ne? Läuft. Wie der Teufel. Ja. Ich bin schon unterwegs. Wir legen mal auf 4. Wo rauf soll ich? Los, los, los. Abmarschbereit. So, und hier machen wir jetzt erstmal... ...was raus, so. Jetzt mal ein schönes Reaktor angeschlossen. Stimmy ist auch gleich fertig, wenn wir drüben sind, vermutlich. DBS bereit. So, und? Warte mal. Niemal. Niemal mit. Da ist der letzte Traumhaft. So, und dann wollen wir mal los. Na geil. Fuck. Hat er direkt gesehen. Und jetzt hier reinfliegen sollten, ist eine andere Frage. Stimmy ist oft weit done. Und hier kommen wir doch durch. Verteilen. Feuer frei! Unsere Verbündeten werden angegriffen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Reicht machen, Jungs! Ja, komm. Bingo! Im Abflug. Und hier auch mit euch. Abmarschbereit! Unsere Verbündeten werden angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Woher? Ja! Woher? Können wir sie aufsammeln? Jetzt steht los! Bestätigt. Und raus mit euch! Los, los, los! Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Auf dem Weg. Alles bestens. Kannst kaum noch erfahren. Hol mich jemand hier raus! So, was soll ich jetzt erstmal suchen, so irgendwie wegzukriegen, ne? Hier komme ich! Worauf soll ich ballern? Ich bin da gut gestresst, da drüben. Jetzt geht's rund! Wir warten nur auf Sie! Na, kriegen wir das hin? Zusammen. Durchgeladen und entsichert! Wollen wir ran. Dann geht's im Anflug. Verwaltung, fertiggestellt. Kannst kaum noch erwartet. Wurz, Platz auf bereits. Die Fehler erhalten, wie wir... Warten wir ein bisschen was weg hier, ne? Ah, das geht auf jeden Fall klar. Geht auf jeden Fall klar, wie wir es hier gemacht haben. Definitiv gut genervt. Gut, Eko weggehauen. Wollen wir jetzt erstmal nochmal zwei Maschinen-Docs dazu. Tanks kommen natürlich jetzt auch noch dazu, logischerweise. Oh, diese Depots immer, ne? Geht wieder rum. Uff! Na komm, du auch noch mit rein. Ja, jetzt geht's los! Können wir auch nochmal ausbauen. Kommen wir direkt über die Liste Exoron. Angriff Panzerung ist abgadet dazu. Schattel hier nochmal reingucken. Sollten wir aber erst mal scannen. Da steht da nämlich schon. Das ist ein Tank. Okay. Woraus soll ich ballern, wie mir ist einsatzbereit? Ich bin gleich da. Laut und deutlich. Kann's kaum noch erwarten. Verarschen ein bisschen. Ach, da hier irgendwas. Auch gut, Shuttle. Ja, zum Schluss zündet Izz besser dran, würde ich sagen. Nein! So, dann können wir auch schon mal rüber mit zur Echse. Und so halten wir auch gleich nochmal einen kleinen Drop machen. Irgendwie sowas. Ja, 1-1 abgadet können wir aber auch gleich dann. Schön. Wir packen hier hinten erstmal nochmal ein, zwei Turrets rein. Hier wird mich ganz gerne mal lang gedroppt. Und in dem Bereich sowieso. Oh, das ist doch so eine Halluzination, ne? Unsere Verbündeten werden angegriffen. Nicht genügend Energie. Ja, ich habe wohl so vergesst. Oh, ich habe mich gar nicht aufgemacht. Ach, Gold-Echse haben sie auch schon, oder was? Unsere Verbündeten werden angegriffen. Wieder rüberjetten. Aber sicher. Gold-Echse, ne? Wie fragst du das denn? Wo ist denn die EBF-Berei? An die Post. Oha, wir haben wieder gesehen, ne? Der Arsch. Der Arsch. Ah, ich glaube, er kommt aber nicht rechtzeitig. Nö, kommt er nicht. Schön. Oh, er will unbedingt an Tenk ran. Schön. Komm mal, verliert er alle seine Einheiten durch. Ohohohohohohohohohohohohohohohohoho. Hier komm ich! Warum nicht? Arsche! Los, los, los! Oh, wie soll ich denn hier? Oha! Eco-Transfer machen, mal ne Exe holen. Und dann machen wir noch mal, noch mal einen kleinen Drop. Kommt die da nicht durch? Hallo, einladen. Doch. Ja. Okay, Länge Nummer 5. Mal schön Medi-Packs produzieren und Marines. Da mal kurz einen kleinen Drop nochmal hin. Wir locken was hier nochmal an. Bereit machen, Jungs! Verstanden! Oha! Oha! Wir fliegen hier. Ja, los! So, zwei Tanks stehen hier unten noch. Die haben wir gut weggezogen. Das passt alles. Ich kann meine Echse holen. Hier wollte ich auch nochmal schnell eine Echse dazu. Zwei Tanks stehen hier noch. Oha! 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 ρχn Schlappen! Immer auf meine Echsen, ne? Anus, du. Du Anus. Schon gesehen. Ja, komm, lad doch mal aus. Ich muss auf jeden Fall da hin. Ein bisschen Druck machen. Bereit machen. Ganz kaum noch erwarten. Los, los, los. Kommt noch was? Lauter. Los geladen. Los, endlich. Wind. Tor. Was liegt an? Ich brauche auf jeden Fall eine Exe dazu. Ganz kaum noch erwarten. Das sind eine Guarded-Echse, mal holen, ne? Abmarsch bereit. Kommt noch. BBF bereit. Der Exe hat auch alles voll hier, ne? Da hat er wahrscheinlich auch seine Exe. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Nämlich für weitere Depots. Oha. BBF bereit. Ganz kaum noch. Das bitten wir mal so ein bisschen, weil er will bestimmt dann irgendwann wieder rüberfliegen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten werden angegriffen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Oha. Ja, das war wohl nichts. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Das ist natürlich jetzt Schacki, Schacki. Ach man. GG. Einfach zu wenig Druck gemacht haben, wa? Gut waren die nicht. Wenn man sehen kann, haben die sowieso auch schon jetzt alles verloren. Wir schaffen so ja fast sogar noch. Oha. 2-2 Upgrades. Sag mal, hab ich nur 1-0? Sag mal. BBFs werden angegriffen. Das war wohl ein Satz mit X. Das war wohl nichts. Die haben die ganze gute Folge Echsen, wie ihm nichts ging. Macht das war der Fehler. Definitiv. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und immer darauf achten. Immer Echsen blockieren. Boah. Ich war aber auch mega mies. Dieser Kapella, der war echt nicht schlecht. Aber dieser, der Kalbsen, der Kalbsen, der alte Kalbskopf, der war unterirdisch schlecht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Aggressor. Viel Spaß beim Zocken wünsche ich euch. Haut rein und lasst es rocken. Lasst es rocken beim Zocken. Bis zum nächsten Mal.